Das politische Tagesgespräch bei Phoenix mit Florian Hahn, dem europapolitischen Sprecher der CDU-CSU-Bundestagsfraktion. Grüße Sie ganz herzlich in München. Grüß Gott, Herr Kulli. Grüß Sie. Also das, was da jetzt AKK vorgelegt hat, hätte das die Kanzlerin machen sollen? Was sagen Sie? Nein, ich glaube, dass das eine gute Antwort ist, tatsächlich auf die Initiative des französischen Staatspräsidenten. Und es zeigt im Übrigen auch ein bisschen die Unterschiede der Systeme, der politischen Systeme zwischen Frankreich und Deutschland. Wir haben es auf der einen Seite mit einem französischen Präsidialsystem zu tun und auf der anderen Seite eben mit einer sehr starken, parlamentarisch geprägten Demokratie in Deutschland. Insofern finde ich das eigentlich eine ganz gute Aufteilung zu sagen, auf der einen Seite der Präsident, der französische, auf der anderen Seite eine starke Antwort aus dem parlamentarischen, aus dem parteipolitischen Raum durch die CDU-Bundesvorsitzende Kramp-Karrenbauer. Ja, die schon mal mit der Fahne weht, nämlich mit der Fahne der zukünftigen Personen eventuell auf dem Stuhl von Angela Merkel. Aber da wollen wir gar nicht drüber reden. Ich möchte darüber reden, wie Sie das eigentlich finden, was Annegret Kramp-Karrenbauer da abgeliefert hat. Reicht Ihnen das oder wo reicht es Ihnen noch nicht? Ich finde es aus dreierlei Hinsicht wirklich sehr gelungen. Erstens, weil es einmal mehr zeigt, dass CDU und CSU europapolitisch ganz nah beieinander stehen. Das unterscheidet sich kaum das Papier von auch unserer Positionierung, die wir zum Beispiel bei unserer Klausurtagung in Seeung Anfang des Jahres getroffen haben, wo wir gesagt haben, wir wollen ein Europa, das uns stark macht. Zweitens zeigt es auch, dass wir nicht sprachlos sind, sondern dass wir tatsächlich auch in der Lage sind zu antworten. Und da war die CDU-Vorsitzende die schnellste. Und drittens eine klare Positionierung auch für die Europawahl. Nämlich auf der einen Seite zu sagen, wir sind gegen die, die Europa rückabwickeln wollen, die zurück allein zu den Nationalstaaten wollen und damit auch den Frieden und die Freiheit unseres Kontinentes gefährden. Und wir sind, grenzen uns auch von denen ab, die mit ihrer Vorstellung der Zentralisierung, der Umverteilung, der Gleichmacherei Europa schwächen wollen. Nein, wir sind genau dazwischen. Wir wollen ein Europa, das stark macht. Ja, ich habe schon gehört, dass die CSU ganz zufrieden ist mit dem, was AKK da geschrieben hat. Eine Umarmung der CDU-Chefin in Richtung CSU? Na, da braucht es keine Umarmung, sondern wir stellen das einfach ganz nüchtern fest und freuen uns darüber, dass wir stark gemeinsam Schulter an Schulter in diesen Europawahlkampf starten. Müssen Sie auch, denn es liegen ein paar Sachen vor der Haustür, die nicht so ganz delikat sind. Zum Beispiel der Brexit, der wird uns diese Woche richtig hart beschäftigen und wir wissen nicht, was am Ende dieser Woche herauskommen wird. Was erwarten Sie von dem, was jetzt gerade anscheinend läuft? Die Chefunterhändler sitzen beisammen über das ganze Wochenende. Es gibt anscheinend Telefonate zwischen Brüssel und London und heute könnte eventuell etwas davon verkündet werden. Wissen Sie mehr? Ich kann Ihnen jetzt natürlich nicht genau sagen, was dort konkret besprochen wird, aber ich gehe davon aus, dass die Premierministerin, die britische, morgen einen schweren Gang im Unterhaus vor sich hat. Sie möchte dort noch einmal den Vertrag zur Abstimmung stellen. Sie hat das letzte Mal historisch hoch mit über zwei Drittel diese Abstimmung verloren. Es wird also sehr spannend sein, wie sich, ob sich da morgen tatsächlich was ändert, ob da Bewegung reinkommt. Aber man muss eigentlich davon ausgehen, dass es wieder zu einer negativen Abstimmung kommt. Und dann ist die Frage, wie dann die Premierministerin tatsächlich politisch weiter vorgehen will. Ja, aber spannend ist doch auch, ob sich vielleicht übers Wochenende noch was getan hat und von Seiten der EU ein bisschen Bewegung zumindest in eine gewisse Richtung möglich gewesen ist oder möglich ist, dass eventuell diese Abstimmung flankiert werden könnte von Brüssel. Also klar ist auf jeden Fall, und da hat sich auch übers Wochenende nichts geändert, dass wir den Vertrag sicher nicht nochmal aufmachen werden. Wir haben da zwei Jahre tatsächlich drüber verhandelt, waren uns dann die 27 mit der britischen Regierung einig über diesen Vertrag. Und es ist auch so, dass wir den einfach nicht aufmachen können, weil der sonst in sich zusammenbricht. Das heißt, es ist jetzt weiterhin an der britischen Seite zu entscheiden, ob sie diesen Vertrag wollen oder nicht. Oder uns zumindest konkret zu sagen, was sie wollen. Ja, aber es gibt ja so Signale aus London, die sagen, wenn ihr in bestimmten Punkten, was den Backstop betrifft, uns konkretere Versicherungen geben könnt, dann könnten wir hier eventuell schon besser damit leben und die Abstimmung würde anders laufen. Und nochmal, das kann sozusagen nicht Punkt einer konkreten Vertragsveränderung sein. Wenn es darum geht, tatsächlich nochmal den Backstop im Detail zu konkretisieren, die Regelungen dazu, mag das vielleicht möglich sein. Aber der Vertrag bleibt so, wie er ist, bestehen. Also das heißt, Sie rechnen damit, das geht morgen nicht durchs Parlament. Also ein No wird obendran stehen. Das heißt, die nächsten Schritte sind dann auch schon klar. Dann gibt es zwei weitere Abstimmungen. Womit rechnen Sie? Ganz ehrlich. Ich rechne damit, dass tatsächlich, dass morgen der Vertrag nicht durch das britische Unterhaus gehen wird, erfolgreich. Das ist angesichts dessen, dass wir in der ersten Runde, wie gesagt, zwei Drittel dagegen hatten, wäre das nahezu ein Wunder. Ich gehe davon aus, dass wir dann in einem zweiten Schritt eine Abstimmung haben werden, die da heißt, will das britische Unterhaus einen harten Brexit, ja oder nein. Auch das wird vermutlich negativ ausgehen. Und dann wird es dazu kommen, was wir ja alle erwarten, nämlich, dass tatsächlich die Abstimmung kommt, ob das britische Unterhaus nochmal eine Verschiebung des Brexit haben möchte. Das wird vermutlich erfolgreich sein. Nur auch hier muss klar sein, das kann nicht bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag gehen. Sondern? Was soll passieren? Wir haben allein schon mit der Situation, dass wir am 26. Mai ja eine Europawahl haben, wo das Europäische Parlament gewählt wird, haben wir eine Situation, wo dann sofort die Frage sich stellt, wenn verschoben wird, wählen dann die Briten nochmal mit. Haben die Briten dann tatsächlich wieder Abgeordnete im Europäischen Parlament? Ja, nein. Das heißt, eine Verschiebung müsste eigentlich bis zumindest, sage ich mal, bis zumindest zu einer Zusammenkunft einer ersten des Europäischen Parlaments, das ist sozusagen die absolute Grenze, davor muss klar sein, Brexit ja oder nein, endgültig. Okay, das wissen wir eigentlich schon, dass es bis dahin passiert sein muss, ansonsten kommt alles durcheinander. Ganz kurz mal Ihre Einschätzung, kommt es zum guten Ende oder nicht? Gut heißt Soft Brexit, nicht gut heißt Hard Brexit. Ich glaube, ganz ehrlich, Herr Kulle, dass es nicht an uns ist. Wir haben alles getan. Ich sehe wenig Spielraum. Die Briten müssen endlich sagen, was sie möchten. Ich wünsche mir natürlich, dass wir zu einem geregelten Ausstieg kommen oder am besten zu gar keinem. Denn tatsächlich würde ich mir wünschen, dass Großbritannien weiterhin Mitglied der Europäischen Union ist. Sie hoffen darauf, dass die Briten nochmal zurückziehen? Ich würde es mir wünschen. Ich halte es aber allerdings politisch nicht für realistisch. Können wir noch ganz kurz zum Schluss reden über Manfred Weber, dem EVP-Vorsitzenden, der nochmal einen diplomatischen Versuch, kurz nur zum Schluss, unternimmt, um Viktor Orban und seine Fidesz ja im Grunde genommen davon zu überzeugen, dass sie sich nicht gegen Europa und gegen die EVP stellen. Was sagen Sie zu Ihrem Zusammenversuch? Ich glaube, dass es richtig ist zu sagen und ihn nochmal aufzufordern, Viktor Orban, zu sagen, möchtest du dich nicht wirklich doch nochmal, so wie früher auch, an die Grundwerte, die die EVP vertritt, sich entsprechend bekennen und weiter für ein Europa in unserem Sinne kämpfen? Und ich glaube, dass es sich aller Mühe wert, denn wir wollen ja nicht, dass ein Europa sich spaltet in verschiedene Fraktionen, sondern dass wir möglichst einiges Europa haben. Und Viktor Orban gehört so oder so weiterhin zur Europäischen Union, ob in der Familie oder nicht. Wir müssen weiterhin mit ihm umgehen. Wir wollen lieber mit ihm umgehen im Sinne dessen, dass er sagt, ich bekenne mich zu eurem Wertekanon und möchte da mit dabei sein. Das ist unsere Hoffnung. Da hoffen viele und manche glauben es nicht. Ich danke dennoch sehr herzlich fürs Gespräch, Florian Hahn von der CDU-CSU-Bundestagsfraktion. Dankeschön nach München. Auf Wiederhören und Wiederschauen vor allem. Danke.